Musik Mich macht es glücklich, hier zu sein, frei zu sein. Der Neckar ist ein Stück von der Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Mein Name ist Theo Roth, ich bin Winzer hier in Mundelsheim. Ich bin damit aufgewachsen, meine Eltern haben das auch schon so betrieben. Also das Neckartal ist geprägt vom Steinlager-Weinbau. Ich sehe das immer so, dass wir Winzer schon die Kulturlandschaft pflegen. Also wir halten sie ja intakt. Musik Also Steilhang ist natürlich für den Winzer wesentlich mehr Aufwand. Man kann keine Maschine einsetzen, also so gut wie keine Maschine einsetzen. Man muss eigentlich alles von Hand bewirtschaften. Es ist natürlich sehr, sehr aufwendig, das muss man ganz klar sagen. Das Besondere ist natürlich die Lage hier im Neckartal. Wir sind hier im absolutes Südhang. Dadurch ist das schon eine sehr, sehr gute Lage, um das der Wein reifen kann. Die Belohnung ist, dass man zufrieden ist, dass man im Freien war. Das ist für mich ganz arg wichtig, im Freien zu sein. Musik Also ich denke mir oft, das habe ich auch schon oft zu meiner Frau gesagt, eigentlich brüchst du mir gar nicht in den Urlaub gehen. Wir haben auch hier eine sehr, sehr, sehr schöne Landschaft in unserer Neckarschleife hier. Guter Wein gehört zum guten Essen. Oder was sagt ihr dazu? Ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020